So, Moment, was vergessen, Hallöchen, Hallo Nuss, Hallo Black Warrior, Hallo liebe Schwester. Hallo, mein Lieber. Hallo Pascal, Punkte, er wollte 3 haben, Nuss möchte 3, Black Warrior möchte 2 und meine Schwester möchte einen, sollt ihr bekommen, zack, zack, Speicher, Speicher, zu. Los, okay. Mein Schädel, mein Hinterkopf, der tut so weh. Aber es geht. Ein bisschen ab, ein bisschen in die Beule, ein bisschen weniger. Hallo ihr süßen Menschen. Na, einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Einen wunderschönen Sonntag, immer wieder Sonntags. Ja. K.O. durch Schaufel. Wo ist das? K.O. durch Schaufel. 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 nicht gut das kann ich jetzt nicht gebrauchen oder wir alle gemäcke die frau den trockener angemacht und es stinkt mal gucken müssen wir mal richtig aufmachen und mal alles sauber machen da drin so ja was gibt es heute ich hatte ja eigentlich gesagt dass luft habe ich eingesammelt dass ich kein mario mehr bis freitag spielen möchte aber ich habe gestern abend ein bild im kopf gehabt von einem kamek zeig ich hatte gestern abend ein bild im kopf gehabt von einem kamek der auf eine orgel spielt gestern abend da ist mir der hier eingefallen da ist mir dieser heck hier eingefallen dass der doch ziemlich geil war hallo borg oder da ist mir der hier eingefallen blu-waves thunderstorm and a little dinosaur was a mission to reach the summit ja ich erinnere mich ich erinnere mich die kamele hier oben der schatz die schiffe okay das war doch ein bombastischer heck oder da 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 ok krass ich erinnere mich ok lass uns mal anfangen leute auch gottchen ich weiß wieder hier hoch zambi maoli moinzen grüße ok i remember a little bit aha ein keydrop stimmt okay ich weiß wieder ja 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 sorry für die wenigen streams diese woche aber ich wurde k.o. geschlagen haha durchschaufel am kind in kita habt ihr gesehen der drop am zweiten versuch ach so da einfach boss ja ja hinten drückt der kopf noch die beule noch aber sonst passt aus siebe kürt grüße na ja ich hab's vergessen da so komische dinge rauskommen also ich hab's ich hab's ja ist und ich hab's ich hab' ich機 Hallo, da. Abdormann, ich grüße dich. Wie geht's dir? Ich hoffe, sie haben gut genächtigt. Shit. Flo, auch dir grüße. Mann, grüße, grüße, grüße. Die besten Menschen auf der Welt. Wir machen hier einen kleinen Runback von Nebula. Von dem habe ich gestern Abend... Beziehungsweise, den hatte ich gestern... Es geht. Ich bin ein bisschen Nase zu, aber das ist normal. Effirot, moin. Oh. äh, wie gesagt, von dem habe ich, äh, den hatte ich gestern Abend, hatte ich das Bild im Kopf von einem Karmik, der an der Orgel spielt und da ist mir dieser Hack wieder eingefallen weil hier im Titlescreen Karmik auf einer Orgel sitzt und spielt und da dachte ich mir, wie hieß das noch? hab ich ein bisschen überlegt und dann fiel mir Nebula ein von Gulaschko was tue ich da falsch machen ist doch ein Drop, oder? Peaches, 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 Peaches kann ich ein bisschen tiefer machen Peaches, 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 Peaches Shit Okay, wir brauchen doch ein bisschen länger als ich gedacht habe Peaches, 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 Peaches Peaches, Peaches, Peaches Hallo Gonzo, guten Morgen Was trinken? Ein paar Stunden wegen dem Song, oder was? Danke für deinen 37. Monat auch im Tier 3 wieder einfach der Unterhosen Raid gewesen krasser Shit, Mann Kannst du ruhig noch ein paar Stunden verbringen Franzendance Liegst du Grüße Danke sehr für den langen, langen Support, Rino Herzlichen Dank An der höchsten Stelle muss ich ihn droppen Wie gesagt, Gizmo, herzlichen Dank Danke sehr für eure euren Resubarino Shit Wie gesagt, nochmal die Story für die Neulinge, die eingeschaltet haben Ich habe gestern Abend Als ich meine Beule angefasst habe An den Heck gedacht Weil ich so überlegt habe Okay, was machst du jetzt noch diese Woche bis Grand Pooh World Und weil irgendwie ist nur Kack sind nur Kack-Hacks draußen und ähm Nun habe ich an den hatte ich einen Kamek im Kopf, der einer Orgel spielt Und da ist mir dieser Heck wieder eingefallen Da ist mir dieser Heck wieder eingefallen Dass der ja ganz geil war Und ich glaube, ich das allerletzte Level gar nicht gecleared hatte Geht doch Eigentlich ganz einfach Man weiß, wie Sorry, zu Ende Boss Pipe-E-Lazuli Ja, habe ich Gott sei Dank Schmutz Hat mich noch genug Nerven gekostet Vorgestern Haben wir Freitag gemacht, ne? Ja Fuck Hey, Baba Good luck streamer Good Thank you Viewer Welcome, Baba Oh, fuck Das Song Das song ist so geil Baba jaga the best creator of water levels Bum 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 Hallo mama So alle war das so ein ekliger doppelcharger Baba jaga if you release water world 2 I wanna places I have to places Oh fuck Soll aus der G abgeschafft werden, Raptor? Soll der Dienst nicht eh abgeschaltet werden? Soll der Dienst nicht eh abgeschaltet werden? Soll der Dienst nicht eh abgeschaltet werden? Hello hello JP We're working on something Okay Hmm 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 Oh Hmm 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 Z-Cript! Secret! I'm not playing it. No, it's a great hack. Okay, so war richtig. Yes, Baba, I have to build my own hack with ten levels of my own and five from the community. It was a sub-goal and I have to build my own hack. My base ROM is ready and the only thing I have to start. But I never build a level and hack before. Fuck! Power Metal. Hallo. Ten levels from me and five from the community. Und so! Dankeschön! Die Frau muss man austauschen. Die Stimme geht langsam auf den Keks. Hm. Hm. Habe ich gesehen, eben gerade. Wie kommt's? Hat sich was geändert? Die Stimme. Deine Stimme. Die Stimme. Fuck! Fuck! Yes, 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 I have a lot of, a lot of people They want to help me with stuff and it's great, but I think I'm starting with that in the new year, with this huge project I'm trusting nobody I'm the boss, I'm testing by myself Oh Ach, Mann, diese Dinger nerven da. So war eins. Ey, sei ruhig. Das war das Beste, Mann. Ich bin durchgekommen und es war alles gut. Was war das Beste? Boah, geil, ich muss Nuggets beste. Music first, yes, it's my first thing I have to do, then choose a level. Na, Konsormsieg gestern, ich weiß, Mann, ich hab den Hack schon gespielt, aber irgendwie war der Mole geradezu schnell. Bruder, was geht? Bruder, sowieso. Ey, dein Hack, da muss ich auch noch weitermachen. Bruder, was geht bei dir, Brudi? Bruder, was geht bei dir, Bruder? Bruder, was geht bei dir, Bruder? Mann, sag ruhig, wirklich, das Maul. Ah, ich muss hochspringen. Maul, wieso, Alter? Ja, ja, P86, I know, and Jokers, Mülljoker, Shell und Pit of irgendwas. War das die drei Sachen? Nee, 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 mit dem scheiß LR-Ding bin ich fertig, das hat mich genug, äh, Nerven gekostet. Ich weiß, von wem welche Level sind, das reicht mir, die sind alle gebannt. Alle gebannt. Und so wie ich mitbekommen habe, war ich eigentlich ziemlich gut, was Level angeht. Ich habe gehört, andere haben vorher schon mehr, waren mehr am Fluchen und haben, äh, vorher Level aufgegeben und ich war nicht der, ich war nicht der Bad Boy, will ich euch mal eben sagen. Mach mal, Krono. Bis morgen Abend, ich freue mich sehr, dein Gesicht zu sehen. Ich freue mich sehr, dein Gesicht zu sehen. Bis zum nächsten Mal, bitte. Fuck! Diese Autonachricht, ne? Die geht mir auf den Keks. Die muss die rausnehmen. Von Stream Elements. Scheiße! Okay, Fokus Diese Weins an den Röhren, ne? Ey, macht sowas nicht Das ist verwirrt Das waren noch die drei Hacks, oder? Joker Shell PA86 und das Pit of... Es sind noch ein paar mehrere, die ich von dir nicht gekleert habe Ich glaube, der einzige Hack, den ich von dir... Ne, es sind mehrere Zwei Ist Baby Kaizo und Room of Despairs Ich glaube, das sind die einzigen beiden Hacks von dir, die ich gekleert habe Schlimm, oder? Die Goku 3, ja, muss ich auch Bisschen reingrinden, leider Habe ich 1% ewig durch? Hallo Geiler Hack Dash Gamer Hallo Klammer kann Moin Hallo Dash Oh man Okay Let's go, please The Hypo Meter for Grand Pool World 3 is so high, actually It's Friday at 10pm It's Friday at 10pm Bei Nemesis, ach, Nemesis, scheiße Wow Yay, okay Okay, da stehen ja Sachen Fuck Ja, ja, Gonzo Ich habe mich darüber beschwert, dass da Vines sind Super nervig Stimmt, P68 habe ich Annie durch, ja, also doch ein Hack gecleert Ja, 100 kommt noch, irgendwann Irgendwann Wenn ich mal eine Woche Bock habe auf Fliegen Gracie, moin Schönen Sonntag euch allen Hey Sunday Nimpi, grüße GB Pascal Ich komme im Moment echt nicht irgendwelche Stream zu gucken, ne, abends Ich bin so in Craft Attack 11 drinne Das zu schauen Das ist krass Okay, why I have so much trouble in this level here Damit man leichter in die Röhren kann Was aber ziemlich nervig ist Yes, es ist so Normally the schedule is not a problem But The easiest jumps Hast du die 1.0er Version Das ist die 1.1er Version Dankeschön Sowieso für den Tipp Danke Ich habe hochgedrückt Ich war nur an der rechten Seite Von der Pipe Das ist das Moment, Retro Spy ist aufgegeben. Moment. Retro Spy crashed. Was ist hier los? DuPot Display. Wait a little bit. Retro Spy. Jetzt ist es verabschiedet, okay. Komm mal klar, Ronson. Ich komme mir gerade nicht klar. Okay, es gehen gar keine Pipes mehr. Okay, also, was ich da für die Typen im Kuchen? Nein, zur Zeit hast du durch. Okay, wieder? Ja, noch einmal hier. Okay, lieber! Okay, also? Ja, ich habe einfach seine Lauf. Okay, ich mache jetzt mit dem, wie die Lauf gab. Ich bin sicher, nicht. Ich habe nur noch ein paar Tage. Der Bundelbill ist so nervig. 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 Okay. Der Bundelbill ist so nervig. Der Bundelbill ist so nervig. Der Bundelbill ist so nervig. Okay. So geht's nicht. Okay. Der Bundelbill ist so nervig. 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 Wie geil. Maybe not Garnix Easy Level Lego Meine Frau hat ja erstmal einen Geburtstag in 20 Tagen Meine Frau hat am 26. November Geburtstag Das ist vorher Lab, ja, habe ich doch Septic Tube Ich glaube, ich habe hier die Skala Level Oh, klar Und da unten nur Wasser raus oder ist da ein Secret? Ne, das ist tot, okay Es ist nix gut Wasser Hallo Cape? Ich dachte jetzt, das war Feuerblume hier, nicht Cape Ich karne um falsch Ich gehe auf okay Come on Warum fällt der da runter? Shit Shit Muss ich schnell sein Habe ich es verbaselt gerade Shit 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 Musik in der Pause Ist nicht Scheisseck Wow Wohl von 10 ist so Wenn die Musik nicht weiter läuft Im Pausescreen ist vorbei Unspielbar Ist so Unspielbar Hat sich so zu einem kleinen Meme hier entwickelt Ach man Das habe ich noch nicht umgestellt Ich habe mich noch nicht mit Musik befasst In der Base-Rom Ich habe es erstmal nur alles eingestellt Alles das was ich aktuell brauche ist drauf Alles was ich aktuell brauche ist drauf Muss ich nur hintergründe und Und Fasten Blöcke noch Und bla und blub und den ganzen gedöns noch Aber da weiß ich nicht mehr wie es geht Muss ich mir noch mal schlau machen Muss ich mir noch mal schlau machen Okay 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 Zweimal Warum läuft die Karaderas Musik Ich bin noch mal schlau machen Ich bin noch mal schlau auf Ich bin noch gar nicht Oh Schönheit, Skill und Gesundheit Okay, habe ich alles nicht Habe ich alles nicht Nur wieso Ach man Im nächsten Jahr wird er schon Ja, das stimmt Zwei Mal Pfui Mac C, du meinst im Februar Nö Und Kaktus ist wieder an dem Wochenende Wo Janos Geburtstag hat, also nein 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 Okay. Okay, jetzt verstehe ich. Nee, Erfurt im Februar, nein. Und Kaktus im April, das ist, wie gesagt, an dem Wochenende, wo der große Geburtstag hat. Und da kann ich mich einfach abdüsen. Keine Chance. Aber safe geplant ist Polaris, alle drei Tage dieses Mal und Gamescob. Ach, fuck. Das war's dieses Jahr an Messen. Äh, nächstes Jahr. Mehr habe ich nicht geplant. Ja, TwitchCon, weiß man ja nicht, wo sie ist. Wenn Kopenhagen, safe. Beim Rest, nein. Okay. Vielen Dank. Ansonsten habe ich nichts geplant nächstes Jahr. Also willst du nach Erfurt? Auch die Shell wahrscheinlich noch. Ach, der springt einfach nicht. Wie gesagt, Kaktus wäre halt interessant, aber wie gesagt, Geburtstag vom Großen ist an dem Wochenende. Ich kann das. Wenn ich das mache, ich habe... Ich habe ein Kopf kürzer. Nee, Peck. Ich habe ein Kopf kürzer. Ich habe ein Kopf kürzer. Erfurt? Nein. 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 Ja. Nee, Erfurt. Einmal Tanji Luke grüßt dich Alles fresh im Off-Topic Ist da ja der Boss Oh, die spawnt Einfach Kaktus Einfach zu viele Sprites Auf dem Bild gewesen Auf dem Screen Bist du das nicht? Du bist neu Okay Dann ist ja gut Bin nämlich auch neu dort Geil Mega Dass das wieder random ist hier Oder das ist neu Nicht du bist neu Okay, verstehe Yeah, timing Is in the bitch Don't like timing Easy Hallo Mario Master Ich weiß es auch nicht Keine Ahnung Das war first try Dave Diese overworld Musik Die geht immer Weiß nicht warum Aber die geht immer Wir schreiben uns aber schon mal Die Den secret auf Aber das weiß ich nämlich noch Left Left Right Select Up Down Why Und nicht bestellt Nein Ich warte darauf Mein Kumpel Ich warte darauf Mein Kumpel Weil Ich habe da Ein Deal bekommen Einen guten Deal bekommen Er hat nämlich aktuell eine 5080 in seinem rechner verbaut Und die braucht er nicht mehr Und die wird er mir halt für Günstiger verticken Also für die hälfte Musste ich mir nur einen neuen lüfter Und dann Was das Die Die 3080 Entschuldigung 5080 gibt es ja gar nicht Würde ich sagen Oder Leaker Nein Von der 2070 Zur Wie kann man so durchgehen glaube ich Nee Kluge Moin Was habe ich denn 2070 und was will ich 5800 ja die meine ich doch Was war denn Ja stimmt Ach man ich bin verwirrt So viele Zahlen gerade im Kopf 2070 war die Grafik hatte Die brauche ich nicht Bin doch nur noch jetzt gelaufen Für 50 Nee Postjahrhundert 92 Neu Und die Hälfte spare ich da Ja Wie kann man neu Also Was Was Ich Kann man Lieber Ich Alter. Ich drücke nach rechts. Wir ausweichen. Weiter nach rechts. Ich drücke nach rechts. Okay. Oh! Um, um, um. Ähm. Wow. Ähm, 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 ähm. Ähm, 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 ähm. 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 Ähm, das war falsch. Ähm. Ähm. Ich finde Hälfte von, von, sagen wir mal 200, was die kostet, finde ich in Ordnung. Genau, aktuell habe ich den AMD Ryzen 7 2700 drin, meine ich. Und würde upgraden auf den 5800er. Und zahle Hälfte. Das ist für mich völlig in Ordnung. Dementsprechend brauche ich einen neuen CPU-Kühler. Was ich dann halt in der Differenz, die ich dann halt spare, wenn ich's äh, äh, original kaufe. Es ist ja. Oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 200 kostet die CPU, ich kriege sie für 100, das heißt ich bin 100 sozusagen im Plus, dafür hole ich mir einen Kühler für 50 oder 60, dementsprechend habe ich dann noch 40 übrig sozusagen, von dem was ich auch nicht ausgegeben hätte und hole mir noch eine zweite M2 SSD Karte Steckkarte für das Mainboard Win-Win Nein, Grafikkarte nicht, nein, nein, Grafikkarte behalte ich meine 2070 Die reicht Die GeForce 2070 GTX, die reicht Nur der CPU muss größer Und ich rüste von 16 GB RAM auf 32 GB RAM auf Bums, fertig Und eine neue Festplatte, zwei neue Festplatten rein Dann Ja, zwei mal 16, ich hatte das beim letzten Mal falsch, ähm, falsch, äh, falsch reingepackt Weil ich dachte, da stand 16, die hat okay Davon nimmst du zwei, aber ich wusste nicht, dass da zweimal 8 sind Ich hab jetzt zweimal 16, also 32, keine Sorge, ist jetzt richtig im Warenkorb drin Okay Zwei Slotze noch mal Mainboard drauf, ja Für RAM Zwei Slotze noch mal Mainboard drauf, ja Die zwei, bei bestimmten Modellen gibt's das, leider, aber nicht bei, äh, dem jetzt Es reicht doch 32, oder? Was soll ich mit 64? Das ist doppelt so schnell wie jetzt für, ähm, eigentlich größtenteils Minecraft Und vielleicht mal ein Fortnite-Game oder so, aber dann hat sie die Sache auch erledigt Ich hab ja keine Hochleistungs-Games Dafür hab ich meine Konsolen Das weiß ich nicht so lange Wie heißt das, Harmogy, ich weiß es nicht okay Was schade weil, ich weiß ja gar nicht Pollut 19 monate schon easy mc troll danke für 19 monate danke sehr schatzkarte let's go danke sehr aber wie gesagt mit flüssiger striebe im discord und 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 Hallo, Papi. Hä, seit wann hast du so einen guten Rechner, Sennheider? Shit. 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 Shit zu schnell. Jetzt wär's gegangen Was hast du denn jetzt drin? GTX 970 Lul, Phil, Mann, grüß dich Was hast du denn jetzt für eine Grafikkarte? Das hat's Mike So besser als Mike geht immer, oder? 30, 60, voila, Krise, Alter Hochleistungsrechner Krasser Typ Chat kaputt? Nee Amd, deswegen wahrscheinlich Phil, wie geht's dir? Nee, Chat geht eigentlich Chat geht bei mir, überall Chat geht, Chat Oder Chat put Chat Ding, grüße Okay Bei mir ist alles in Ordnung Aber hatte ich eben auch Um 11.06 Uhr war Verbindung verloren Aber wohl wieder da Ab halb, geil Nein, mal schauen Nein, mal schauen Wie gesagt, ich hab ja auch Nur eine 2070 drinne Und die behalte ich auch erst mal Weil für das, was ich brauche Ist das ausreichend Da kann ich immer noch Aufrüsten Wir hatten ein schönes Ich hatte ein Beulen-Wochenende Wo es doch kein AMD Ist so Kein AMD-Bashing Aber 30, 60 Brauch in Ordnung Nee Ok Dann Ich bin denke eu Er ist doch völlig in Ordnung Nur wir bashen halt gegen Mike Weil sein Rechner immer abstürzt Wenn er irgendwelche Spiele spielt Und er halt eine AMD Karte hat Der arme Mike Weil auch das Schöne ist dann Wenn ich dann noch eine zweite Festplatte verbaut habe Eine SSD Dass ich halt Windows auf einer Sache lassen kann Und den Rest halt auf die andere ballern kann Das war Jank jetzt hier Ich muss gucken ob ich noch was habe Schon wieder Erstmal trinke ich was Okay ich muss Pause drücken Das heißt keine Musik Ein helles ist wirklich hell Was habe ich hier denn noch Ich habe noch Orakelkekse Ich habe noch Orakelkekse Wildes Level Der Orakelkeks sagt Und wieder ein Eigentor in Sicht Lieber Gonzo Okay außer das lieber Gonzo aber Da kann ich nichts für Sergeant Luke Das Chat weg ist Ich habe kein Pechkekse Ich habe kein Pechkeks Muss ich umbenennen In Schwarzen Keks Das ist der Chat Das war gut Das war nicht jetzt gut Okay der war witzig Der war wirklich witzig Ach man Leute Ich glaube ihr habt noch einen geilen Sonntag auf eine schöne Woche Nächste Woche Ben and Jelly Ben and Very Cookie Dough Gibt es doch hier im Kino Ist das so ein Kino Eis Oder Früher mal Eis im Kino gekauft Als es damals noch war das vor dem Film noch wie das Licht wieder anging Und dann der Eistyp mit seiner Mit seinem Sein Beutelchen vorne dran da stand Klar Das Kind immer Eis Ey Schneck Birdie Nie in Bremen ins Kino gehen Das ist ja nicht mehr Das war als Kind damals Ja da Junge Auch mal wieder am Start Werdet ihr alle wach Jetzt so langsam Bei diesem geilen Song Jägermeister Alter Größter Absturz Seit Jahren am Geburtstag gehabt Hier Schneck Birdie war nicht da Hat der Ande besseres zu tun Ziehst du die Brunch gerade Einfach frech Ich will nur die Musik Länger hören Weil die geil ist Stille Treppe Entschuldigung Ja, das ist gut. Monoke raus Ich habe nach links geguckt, ich schwöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Müsst ihr bitte bei dem lieben Krono reinschauen. Er kriegt seine Challenge von mir. Die er machen muss. What the fuck? Was nicht im first try? Write them cheap, Wonsen. Ach, und ich habe jetzt gestern noch ein bisschen rumprobiert. Ich habe jetzt für mich das perfekte Mod-Setup in Minecraft rausgefunden. Was Ressourcen-Packs angeht und was Mods angeht. Quality-of-Life-Mods halt, ne? Also jetzt keine Data-Pack-Mods und so weiter. Sondern einfach Quality-of-Life-Dinger. Das Maul. Ich habe die erst gefunden. War noch zu viele Mods drauf, die ich mal drauf geballert habe. Was ist der Ressourcen? Was ist der Ressourcen? Das war's für heute. die schwester danke sehr für den geschenk unterstrich 1990 gibt es hat hier ein sub us 3 ph 11 57 gibt es abendet Okay, fester. Wann bist du nachgleich das nächste Mal live? Mittwoch wahrscheinlich, wieso? Okay, fester. Okay, fester. Okay, fester. Ah, okay, und dann Cheljam, okay. Vielleicht, äh, weiß ich nicht, schiebe ich Dienstag eine Extraschicht ein, wenn es irgendwelche geilen Hacks gibt neu. Oder ich gucke nochmal, ob ich irgendwie noch irgendwas an Subgoals noch weitermache. Also Dienstag oder Mittwoch. Ach, Feginner. Kann ja gleich mal gucken, wenn ich hier fertig sein sollte. Mega Man 3, hau ab, Alter. Gleich weg, auch wie schade. Dann spiele ich das gleich. Nein, können wir machen. Ich hab noch genug Hacks. Ja, 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 ja. Ja, ich hab noch genug Hacks. Ich weiß. Ach, Mann. Ach, Mann, Leute. Boss steht noch, Kaiser Mario 3 steht noch und noch so ein paar andere Dinge, über die ich nicht reden möchte. Ja, ich hab noch P86, das Cape Level offen, Part 3, 4 und 5. Ich hab noch Pit of RTA offen, ich habe noch Jiguku 2 offen, ich habe noch Jokashelloke offen, also alles von Novi so. Auch ein bisschen was offen, ja. Korrekt. Äh, Motorskills? Frech. Nicht, Majiguku. Junge, hast du das eine fucking Läder geseh- hast du gesehen? Ich hasse deine Hacks nicht. Ich bin ja nur schwer. Ich bin ein Noob. Ich bin ja auch nix für. Ich bin ja auch nix für mich. Ich denke. und ich mag ich motors kill levels levels wir müssen mal einsatz ja ich gebe mein bestes ja 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 Oh Mann, ich bin ein Lappenfurz. Lappenfurz. Schneller, okay. Ich habe mich auch dafür entschieden, Hentai's Ding nicht weiterzuspielen. Es ist wieder so ein Ding, ach ja, man macht's wieder alles unnötig schwer. Spielspaß ist nicht gegeben, wisst ihr? Wenn ich da überlege, eins von den LR-Leveln ist seins, was darin auch vorkommt und ich weiß welches, dann denke ich mir, nö, dann denke ich mir, nö, keine Chance. Tut mir sehr leid für ihn, aber... Aber, nee. Äh, das weiß ich nicht. Jetzt sage ich auch, bei GPW-3 ist auch Müll und ich lasse es. Ich bin sehr leid für ihn. die direkt durch jumpen da ja ich bin sofort wieder da ich bin sofort wieder da ich bin sofort wieder ich bin sofort wieder LR Level das ist ein tolles LR Level hier das wäre doch was für den Contest, oder? das ist ein tolles LR Level hier so so Okay, in der Röhre kann ich nicht drücken. 1, achso, okay, komprende. Shit, und dann da oben hoch, okay. Shit, kurz Casio, auf jeden Fall. Wow. Fuck. 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 Okay. Mann. Buh! Ich hab's durchgelassen. Mann. Fransen, konzentrier dich. Was? 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 Das war sogar richtig. Weil da hinten war nur Bad Ending gewesen. Da hinten war nur Bad Ending. Was? Was müssen wir hier diesen Code eingeben. Keine Hüte, ja wegen Beule, korrekt. Das hier geht gerade so. Deswegen korrekt, ja. Was? 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 rechts. Select oben, unten. Y. Hier war irgendwas. Das weiß ich noch. Hier war nichts. Nehmen wir uns erstmal den Orb. Damit wir ein Level haben. Sergeant Luke. Ich war am Freitag in der Kita. Und... War hier noch ein Level hier hinten? Credits waren hier, ne? Harbage Garden. Das machen? War das ein Level? Äh, ne. Kurzfassung. Ein Kind hat mir aus Versehen eine Metallschaufel mit der Kante gegen die Birne fallen. Hinterkopf knallen. Knallen lassen. Ach, das war das hier okay. Aus Versehen. Ja, ja. War aus Versehen. Wirklich. War wirklich aus Versehen. Meint. Danke für deinen fünften Monat. Danke sehr. Von Herzen. Daher hüte heute nicht. Ich hab hinten... Geht gerade so. Und halt auch nicht mit der flachen Seite, sondern schön mit der... Mit der Kante, ne? Aus Versehen draufknallen lassen. Bring a smile. Auch dir danke. Herzlichen Dank für deinen sechsten Monat. Danke sehr. Erinnert ihr, ihr könnt mal gucken. Klickt mal auf Abonnieren und guckt mal, ob da euer Twitch Prime frei ist. Ach, Bait. Nein, herzlichen Dank für euren Support. Danke sehr. Von Herzen. Sagen wir es schon, Twitch Prime ist kostenlos. Haha. Wenn du mir Prime kaufst, kauf ich dir Prime. Nein, Quatsch, Leute. Chill mal. Okay, da muss ich warten. Angler? Shit. Bim, 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 bim. Ein herzlichen Dank, Leute. Wirklich. Danke sehr. Zu wenig Geduld. Ich bin da hochgesprungen. Ich bin da hochgesprungen. Dann bin ich dafür dildo. Ach, Vormuck. Wo bin ich denn jetzt gestorben? War da ein Stachel? Nicht gesehen. Achso. 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 Okay, achso. Äh, achso. Achso. Shit, 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 shit. Okay. Okay. Fui, tut, at... Ah nein So, 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 so So, 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 so So, so Und dann noch reinglitschen Sehr gut, Franzen Hm? Okay Das ist mein P-Speed-Hulk. Hä? Jetzt versteh ich nicht. Das ist mein P-Speed-Hulk. Das ist mein P-Speed-Hulk. Um, okay. 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 Bis zum nächsten Mal. Meine Güte! Meine Güte! Meine Güte! Easy. Nebula! Ach du! Ich erinnere mich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oops. Okay. Hm. Wir hatten letzte Woche Gulasch. Sehr lecker sogar. Was man eine Frau gemacht hat. Jam, jam, jam. Ob ich morgen auch K.O. gehe? Ne, ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Hoffentlich. Das ist Gulaschko. Oh Gott. Oh Gott. Hä? 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 Sticky. Wow. Oops. Hey, das ist so eine Bitch manchmal. Ich bin schon mal. Oh Gott. Okay. 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 Hier ist es so. 15 streams waren es nur echt waren im september mehr ich habe hochgedrückt mit helm wieder kein sticky fly aber ich kann gut voran nase juck nase juck fuck Oh Idiot Aber das geht ich glaube jetzt habe ich hier stunden dran gesessen Weißt du was es gleich bei mir gibt? Ich mache mir gleich Fischstäbchen in die Pfanne Party an Dann mache ich mir Toastbrot Dann packe ich zwei Beziehungsweise drei Fischstäbchen Zwischen zwei getoastete Toasts Und dann happy happy Und Ketchup natürlich Und Sriracha Ach mann Und an diesen Wüüüü machen hier Danke Danke upp eine die 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 Boss, 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 also ich bin der Boss, hallo Manasch Ich habe mir eine Zwiebel zugeworfen gerade Schaut, dass ich mal wieder reingehen muss Warum bin ich denn wieder so ungeduldig? Warte doch, fiel das Muster an Der springt hoch, der springt klein Ich hole einen Pilz oder so Ein Pilz für Noobs Snobs Oh 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 Ach da sind Stachel Fuck haben wir keine Du meinst dreieinhalb Bowser und dreieinhalb Fennell Mach mir Gedanken ja Klingt gerade sehr reizend sag ich mal Wow Also reizend im Sinne von weil ich diese Fennell da noch nie gemacht habe Die genauso noch behinderter ist als Bowser 3 Okay Also im Sinne von äh Schwer ne Weißt du was ich mein Aber dreieinhalb und dreieinhalb klingt eigentlich ganz geil Ich überlegs mir Warum schießt der jetzt zweimal? Und K K Drs protects Sauber Er profound Drs 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 ist das so hätte ich mir irgendwie ein fall geholt also war das nicht mal peace hat er die hat er das gesagt dass es waren doch in der version die ich damals gespielt haben das doch peace switches was meinst du nur in hertha dieser boss hier was meinst du gerade da reden wir jetzt von dem casio boss nämlich die normale natürlich ist ja klar oder ist das die zum schluss mit diesen blitzen da und so weiter die völlig konfus ist an eine feste stelle wo ich stehen kann wenn ich schade dass man nicht direkt hier wieder spawnt und die musik immer wieder neu triggert wisst ihr w 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 have do w w w w in der trockner die w w a w w ein Problemchen. Weil den hat meine Frau nämlich gerade angemacht vorhin und der hat hat gerochen. Hat verbrannt gerochen. Muss mir den gleich mal angucken. Trockner. Kaputt bei drei Kindern wäre uff. Das wäre uff. Ja, Spiegerpapa war eben schon da, hat die Kinder abgeholt zu Oma und der guckt sich das nachher nochmal an. Könnte dann mehrere Sachen sein halt, ne? Hey. Einerscale-Trip, ja. Naja, aber wenigstens jetzt. TÜV kommt auch noch. Ach ja, ist so schön. I like. I like. Wenigstens gehen die Sachen immer im November kaputt. Ich glaube, in der alten Wohnung ging die Waschmaschine im November kaputt. Die Spülmaschine ging damals im November kaputt. Also immer im November. Alles im November. Ganz komisch. Als wenn das so von den Firmen so programmiert ist. Oh. Ja, es ist moin. Meine Frau einfach Stimmt, ach Mist, meine Frau Ich hab's von Scheiße vergessen Ja, hab ich vergessen, hab ich vergessen, vergessen, vergessen Nichts machen, nichts machen Mach ich, mach das jetzt Mach das jetzt Instant Moment, Discord Twitch-Partner-Forum Smalltalk Ich möchte ein Ticket eröffnen Ausrufezeichen, Ticket Sag da Momentchen, machen wir Instant Instant Mh Teule ich nichts, nein Your Name Kann ich auf Deutsch haben, bitte Instant mache ich das jetzt. Ein Moment, wir können leider die Musik, aber wir lassen die, wir können die andere Musik laufen lassen. Ein Moment, wir können leider die Musik, aber wir lassen die Musik, aber wir lassen die Dauerhaftabos werden sie folgende drei Stufen erreichen. 50 Abos, 250, 500. Oh nein. Du musst zum Zeitpunkt deiner Anfrage die erforderliche Anzahl an Abonnenten haben, um ein Dauerhaftes Abo zu erhalten. Achso, darin eingestanden sind nicht Kanalbots. Okay, okay, okay. Okay, alles klar, dann geht's. 50 Abos habe ich. Das heißt, einen kann ich machen. Das heißt, ich brauche 250 Abos um einen zweiten Miss. Hätte ich im September machen können. Hätte ich drei Stück vergeben können. Ich trottel. Ja. Ich will kurz Copy-Paste machen hier. Ich brauche es falsch schreibe. Ich dass die Dauer in! Ja. Amen. Jetzt gucken. Richtig. Absenden. Naja, also du musst die einmal bei 50 haben, einmal bei... Was hatte ich gerade gesagt? 50, 250 und 500. Wenn ich das... Also ich muss es... Ticket wurde gesendet, alles klar. Danke sehr. Ja, hätte ich im September machen können, ich Idiot. Aber passt jetzt. Also zwei Benutzer-Abos, also zwei Benutzer-Abos habe ich noch offen jetzt. Ja, ja, egal. Wie gesagt, ich hatte eh überlegt, wenn ich noch in sechs Jahren streamen sollte, dass meine beiden Kinder, wenn sie sich einen Twitch-Account gemacht haben, die anderen beiden Abos, Dauer-Abos bekommen. Drei Kinder, fuck. Okay, ist egal. Der darf ja eh erst in zwölf Jahren. Wann darf man sich einen Twitch-Account machen? Mit zwölf oder mit vierzehn? Ja. der plan hat lücken ja aber jahres dauert meine wenn die jungs ich glaube ab 12 ist twitch glaube ich habe ich auch ab zwölf jahren stream mit erlaubnis der eltern und so weiter reiste weiter die ist eine automatische antwort die sich um die darüber zu informieren dass sie an deinem fall arbeiten danke und handymann stöpsel ja wie gesagt die beiden die lasse ich mir noch offen also du warst mir jetzt wichtig was eigentlich schon viel früher passieren müssen aber da ich dödlich bin ist er tot flio ist nicht mehr zwölf müsste jetzt älter sein oder neunte klasse ist wenn ich jetzt schon 16 oder so mann neunte klasse 6 15 keine ahnung also janus wird sich zuerst ein twitch account machen dürfen und Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dafür habe ich jetzt zu wenig Subs Ja, ja Treibe ich nicht an Warum schreibst du mich an? Was habe ich dir getan? Weil du einen dicken Kopf hast? Ich werde auch nichts für Lust hast? Nee, kann ich nicht Nur wieso Nur so, hast du eher schwarze Haare oder so braune? Sind die immer noch schulterlang? Oder hast du mal kurz gemacht? Immer noch lang? Okay Wow 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 Digga Unfair Ey, Powermetal, Mann Danke dir Danke sehr für deinen zweiten Monat. Wow! Herzlichen Dank. Immer noch keine 250 für Gonzo. Einen Spaß, Leute. Einen Spaß. Ich kann hier... Ich kann an die Seite ranlaufen, das ist gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Triff doch mal. Stop. Wow. Wow. Easy, Boss. Nebula. Nebula. Hat er mich rein editiert? Ich hoffe. Wollte er eigentlich gemacht haben. Aber es gibt noch ein Level. Ey, Fransen, trink mal was. Nix habe ich beigetragen. ... 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 jetzt gefunden von minecraft perfekte mod und das hohes pack und so weiter als nasen möhren arzt benutzt du eigentlich villager leech sagt mir nix ich habe keine datapacks drauf benutzt du fort oder benutzt du fabric ging es eher nur um quality of life sachen genau also ich habe es auch beide das was was ich jetzt geil finde leider ist ja distance horizon gerade auf forge noch nicht geupdatet auf die neue version ich benutze ich gerade fabric mit ein video ein video ist halt gras poste steht ein video Ja, also deswegen gerade aktuell finde ich es gerade für mich fabric gerade ein bisschen geiler Weil bei, ähm, du hast halt auch keine, keine Frame-Einbrüche bei Invidium, sondern der speichert halt die, die Chunks, solange du nicht ins Nether gehst Ist es gespeichert, kannst du halt für 500 Chunks weit gucken, alles das, was du aufgedeckt hast Weißt du? Nur visuell, ja klar, visuell ist halt, weit gucken ist geil Ich sag's immer wieder Weit gucken ist geil, klar sind die Chunks nicht geladen, außer du hast da einen Chunk-Lauder irgendwo drin für irgendeine Farm oder so, aber, ähm Hey Gott! Was? Ach, ich hab mir von Distelschweif einen eigenen Skin pixel lassen. Hast du den gesehen, Kreisel, oder soll ich denn, soll ich nochmal eben kurz aufmachen? Steve86, warte mal, ich mach mal eben kurz CurseForge auf. CurseForge! Fix ins Wot ist von... Nein, ne, ich zeig's mal eben, alles gut. Ich zeige mal eben. Auch irgendeinen kleinen Moment, bis auf ist... Boah, ich bin so froh, wenn mein... Wenn ich einen neuen... Neue CPU drin hab und mehr RAM, Alter. CurseForge ist hier aufgegangen. Fabric. Ich hab's... Ne, wie gesagt, ich hab jetzt aktuell... Aktuell habe ich... Mein Fabric-Test... Ne, kurz rein. Aktuell habe ich... Ich weiß meine Specs schon wieder nicht, Alter. Wasser-Shit. Das lädt und lädt und lädt, das ist viel zu lange. Das ist krass. Genau den hier. Der wird jetzt... Die CPU wird jetzt... Ach, Mann. Ich muss den Start drücken, entschuldigen. Ich sterbe. Junge. Okay, ich hab Pause. Ähm... Ähm... Ja, CPU wird jetzt aufgerüstet auf dem Ryzen 7 5800X. Und RAM wird hochgeballert auf 32 GB. Die Grafikkarte bleibt. Das ist jetzt the way to go. Bis Ende des Jahres. Und das ist schon mal ein guter Schritt, sag ich mal. Weil jetzt... Weil der Rechner ist von 2018... Ende 2018, Anfang 2019 ist der Rechner. Ich glaube... Das ist erstmal ganz okay. Ich bin ja kein... Kein Konsolen-Zocker-Kreise. Äh, kein... Kein PC-Zocker so hart jetzt. Warum öffnet der Minecraft nicht? Ach so, ist schon. Dauert halt ewig, bis das aufgeht, Alter. Krasser Shit, Mann. Hab vor einer Minute gedrückt. Einfach frech. 4K... Ja, da hast du ja auch Hochleistungsrechner. Junge, es geht einfach nicht auf, das Game. Stimmt, machen wir eben kurz noch ein kleines Momentchen weiter. Bis das Spiel meint, endlich mal starten zu wollen. Jetzt startet es! Ach, lecko mio. Dauert halt zu lang. Und das will ich nicht mehr. Dauert halt zu lang. Dauert halt zu lang. Der lag fest jetzt gerade, wenn die Chunks laden. Das ist so geil. Das ist so geil! Bum, 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 bum. Bin ich unter Wasser? Bin ich unter Wasser gerade. Krass, Moment. Weck mal eben kurz. Moment. So. Guckt es euch an. Wahnsinn, der hat sich ertrank. Da bin ich über lang geflogen. Kannst halt bis... in den Puppen gucken. Aber hier. Guck den dir an! Guck ihn dir an! 2FS-Streamer ist wirklich so. Guck ihn dir an. Er ist so wunderschön. Auch mit... Moment, immer mal kurz. Leitra ab. Hinten auch mit Logo, Alter. Guck den doch an! Guck den euch an! Okay, mal eben kurz. Oh, krass, oder? Mal da ganz hinten. Nie wieder Minecraft. Ist so. Nie wieder Minecraft. So, machen wir eben kurz einen MLG. Kriegen wir hin. Von hier. Von hier. Jo. Locker. Oh nein. Hier nicht. Genau auf den... Ach. Ich habe gestern nur ein bisschen... hier rum getestet gerade. Ich kann ja auch einen Shader anmachen. Oh Gott. Da habe ich K gedrückt. Oh. Ach ja. Jetzt wisst ihr, warum ich einen neuen... Wie schön. So, MLG, let's go. Nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Es war der perfekte MLG. Ja. Ja. Hier. Runterfallen. Ja. Water MLG. im neuen king kong game what is this you 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 wie viel mb hast du minecraft denn zugewiesen ich kann leider nicht mehr als acht skul island rise of kong nie gehört 12 ja 12 ist halt bei 16 gigabyte ram die ich nur habe schwierig nicht vanilla modpacks mod ich bin nur mit modpacks weil er da spiele ich gar nicht mehr kann da nicht mehr als acht wenn ich nur 16 aktuell habe ich hab's mal hab's mal probiert aber ging hier gar nichts mehr es ging wirklich nichts hatte better minecraft gestartet alter keine chance was was Ja, das war's. Aber trotzdem erhoffe ich mir durch mein... Hatte ich gesagt, auf was ich aufrüste? Hatte ich gesagt, auf was ich aufrüste? Ja, ne? Was heißt aufrüsten? Ein kleines Upgrade halt. Danke und viel Spaß im Blöden. Macht das, danke sehr. Ich mache hier auch gleich Schicht im Schacht, weil irgendwie das hier klappt jetzt gerade nicht. Ich habe Hunger. Kinder sind nicht da, das heißt wir müssen mal aussuchen, dass wir ausnutzen, dass wir unten das Wohnzimmer haben. Wow. Hier fünf Minuten noch und dann schicht im Schacht. Das hier ist ja nur ein Bonus-Level, das zählt ja nicht zu den zwölf Exits, die ich schon habe. Also nicht, dass da wieder Gejaule kommt. Ist nicht fertig. Ist fertig. Ist fertig. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es hier überhaupt Speech-Runs gibt. Oh, der Exit-Counter, ich kann ja mal gucken. Kann doch mal gucken. Der Exit-Counter müsste ja jetzt auf zwölf sein. Und auf SMV Central sind zwölf angegeben. SMV Central sind zwölf nur angegeben. Schicht im Schicht im Schicht im Schicht. Es wird doch mal eine Overworld-Musik sein. Am Heck, sag ich es nicht sass, wie es ist. So, mit mir kurz noch was gucken hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich finde es nicht. Ich möchte kein... Ich möchte dich melden, bitte. Plugite suck. Inhalte suck. Onlyfans spam. Meldung abschicken. Nutzer blockieren. So. Warum finde ich... Konzo? Ach man, ist das doof. Wieso hat Distel hier nicht? Oh, das nervt. Ne, alles gut. Ich habe gerade den Spenden-Button bei... Bei Distel gesucht, aber die hat hier unten kein... Kein... Command oder kein... Kein... Doch, 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 hab, hab, hab. Alles gut, alles gut. Haben nichts gesagt. Die Distel kriegt ja auch was für den... Für das Pixeln. Haben wir abgemacht. Und da kriegt sie eine Kleinigkeit. Und da kriegt sie eine Kleinigkeit. Gut. Hat sich erledigt. Ähm, okidoki. So, ihr lieben Menschen. Wir gehen zur Distel. Und... Das hier spam ich gleich. Weil sie, liebe Distel, hat mir den Skin der Milch gemacht, den ich euch gerade gezeigt habe. Und, äh, ja. Das ist... Wunderschön, sag ich mal. Und dafür will ich ihr danken. Und mit einem kleinen... Mit einem kleinen Trinkgeldchen. Sie sagte, nee, mach nicht so viel. Mach das, was du denkst. Ist nicht so gut. Lieber Donation als Subs, hat sie gesagt. Dann tun wir das. Ähm, ja. Wir sehen uns Dienstag oder Mittwoch. Ich gehe jetzt was essen. Dann gehe ich zu meiner Frau nach unten. Und dann sieht man sich nächste Woche. Ja. Denkt dran. Freitag ist Dick Grand Poobolt. Und... Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen. Tschüss. Danke sehr. Bye bye. Tschüss. 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 SDN. Schuss. Papa, perbas. Schuss. meats去IRて. Untertitelung des ZDF, 2020